Guter Pass, Flanke kommt in den Rücken, das Baku, Baku, Tor, was für ein Treffer, 1 zu 1, Riedle Baku macht sein erstes Tor für die Männer von Oliver Glasner. Schön gespielt von Wolfsburg, Gegner auseinandergezogen. Das war das 150. Tor des VfL Wolfsburg in der ersten Liga. In London gegen Arsenal und Ribéry im Studio. Hui, Tor! Hui, ist das ein Tor! Caligiuri! Oh, wenn der Kraft zehn Zentimeter mehr hat, aber der ist ja kein Zwerg, der ist ja schon fast 1,90. Wenn er zwei Meter hat, dann kommt er vielleicht hin. Aus einer ähnlichen Position hat er letzte Woche dem HSV einen ins Netz gelegt. Achtung! 0-1! Siebzehnte Minute im Olympiastadion, die Führung durch Martin Petrov, sein elfter Saisontour. Schönes Ding, um die Mauer gezogen.